Wer bist du, dass du mein Leben beurteilst? Beurteilst, ich bin nicht perfekt und auch nicht ein Engel. Aber bevor, bevor du mit dem Finger auf mich und die anderen zeigst, zeigst. Sehe zu, dass deine eigenen Hände sauber sind, sauber sind. Wenn du nicht du selbst bist, wer bist du dann? Leben ist das, was passiert. Und was du fühlst, während alle damit beschäftigt sind, andere Pläne, andere Pläne zu machen. Leben ist das, wassichtig ist. Es wird immer Leute geben, die dich kritisieren. Weil sie unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Du musst die Regeln des Spiels lernen, um besser zu spielen. Du musst die Regeln des Spiels lernen, und dann musst du besser. Besser als jeder andere spielen, besser sein, besser spielen. Du musst die Regeln des Spiels lernen. Du musst die Regeln des Spiels lernen. Du musst die Regeln des Spiels lernen.